Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Dumm herumzustehen, ja, das macht kein bisschen Spaß. Und der Tag will nicht vergehen, alles ist voller Matsch und die Füße sind nass. Es ist langweilig, ziemlich langweilig, wenn du husten musst und du schnieft. Dich ist gar nicht gut, der Schnabel läuft, der Kopf auch wehtut. Du kannst lange Zeit nicht mehr fliegt, du nähst den ganzen Tag. Und das ist gar nicht lustig, die Freundin fehlen dir sehr. Du fühlst dich so lieb, dann überkommt dich grässlich, hässlich. Dicke, fette, gar nicht nette, ziemlich große, lange Freude. Ist mir langweilig.